und ja immer wieder spaßige e mail zu einer vertragten situation diesmal die vorgesetze liebt ihren untergebenen passiert wir verlieben uns da wo andere menschen sind und ja auf der arbeit lernen sich ja auch viele kennen und wenn das natürlich über hierarchie grenzen geht es natürlich immer hat so ein geschmäckle gibt eine neue lesung zwölfter zweiter in karlsruhe findet hier auf libysche.de gibt es oben so ein lesungsbutton könnt ihr direkt karten holen ist schon gleich in der ersten nacht schon mal habt ihr schon mal einen großen teil irgendwie weggeballert also noch eine karte haben willst dann würde ich mich beeilen genau so dann gehen wir da mal rein wenn du auch so viele fragen stellen willst du ein formular auf libysche.de also hallo christian ich befinde mich in einer absolut toxischen beziehung mit meinem arbeitsgelegen ich bin seine direkte vorgesetze und es ist nicht leicht arbeit und privatleben zu trennen ja man sagt ja immer so schön never fuck the company aber ja wie das leben so spielen er hat mich nach meiner trennung von meinem ex narzissten eingefangen ja ich würde immer nicht so eine passive sprache wählen du hast mitgemacht das ist wirklich so wichtig so verantwortung für seine handel zu übernehmen also du hast ja dazu gesagt hätte ich nicht eingefangen du hast ja gesagt dazu das finde ich ganz wichtig und mich mit zuneigung überschattet steht hier ich vermute weil du meinst überschüttet da finde ich den richtig schönen freudschen versprecher weil love bombing sollte man eher von überschatten sprechen als von überschütten aber sehr spaßig nach drei wochen ging es dann los das treffen nicht mehr möglich waren weil außerirdische seinen wohnort gekapert hatten nee weil die ex heuschnupfen hatte musste irgendeinen hund betreuen dann hat er noch einen kleinen betrieb in dem mobil hergestellt wurden und genau die mundblüten ernte stand an ja die typischen sachen dann hatte seine mutter zu lange haare und war ihm pfleglich untergebracht und so weiter und so fort ja im prinzip alles gute gründe für wenig zeit und keine treffen ja also ich kann immer wieder sagen wenn jemand nicht verknallt ist das gilt für männer das gilt für frauen dann ja dann werden was nicht wirklich das gelesen hat in irgendeinem kommentar oder was ist nicht irgendwie von einer oma von irgendjemandem wo die oma mit dem auto weil es noch kein google maps war über fünf länder grenzen und ihrem liebsten zu besuchen und und so weiter und so fort ja also wenn man jemanden gut findet dann weiß ich nicht macht man alles wechselt die religion wechselt sein soziales geschlecht nein spaß ja alles mögliche das dann geht auf einmal alles aber wenn wenn man im ego spielmodus ist geht gar nichts von daher ist kann immer wieder raten weil mit meinem modul 1 programmierungsliebeschiff hebelt dir das alles aus wenn man das mal einmal verstanden hat wie man diese ab solche sachen angeht dass es überhaupt keine rolle spielt was dir da jemand auf tisch dass du einfach die die ergebnisse begutachtest und daraus deine schlüsse ziehst weil du kannst mit sowas nicht diskutieren das ist irrsinn aber was du dich fragen muss ist warum hältst du an so einem verkrüppelten muss ich wirklich sagen dating prozess fest das ist deine aufgabe wir eiern seit fünf monaten rum und haben es in dieser zeit sechs mal privat außerhalb der arbeit getroffen ja du hängst da schon an der nadel und dieses on off ist habe ich in x videos hergeleitet spart ich mir heute mal ist halt extrem addiktiv wird leicht mit polarität verwechselt und also und oft hast jetzt nicht gesagt und auf aber dieses auch und off in emotionen und diese sage ich kriege ich nicht da wird halt für dopamin freigesetzt das verwechselt man mit liebe verliebt sein und ja also wenn du es will acht aufs und achtermann stehst wunderbar aber wie du ja feststellst du ziemlich gut ich war schon zweimal an dem punkt wenn ich gesagt habe lassen wir es da der total blockiert nein er will diese beziehung unbedingt aber es ändert sich nichts ja gut also ich wird heute mal ich bin ja nicht mehr auf dem der dem markt aber ich würde sowas also würde ich mich nicht darauf einlassen also entweder habe ich rausgehen oder wird das spiel einfach umdrehen und sagen okay es ist ab jetzt freundschaft plus kein bock weiß ich nicht räumen dann werde ich auch weiter und haben geschützten was weiß ich wenn wir uns da treffen wollen aber also es wirklich wichtig so nicht aus dieser aus dieser ohnmacht rauszukommen und in eine kräftigerer position zu kommen und weil er hat die ganze macht ja er bestimmt alles und du lässt alles über dich ergehen so ne und den spieß musst du echt umdrehen ich setze ihn mit fragen nach einem treffen beziehungsweise dem wunsch einfach zu wissen was er in seinem leben tut so unter druck das ist kein unter druck setzen das ist ihr habt angefangen zu daten er hat dich gelufft und jetzt geht es nicht weiter und du fragst dich ja what the fuck was ist denn hier los irgendwie das ist kein unter druck setzen wenn er sich unter druck gesetzt fühlt das ist sein problem das musst du dich nicht darüber das ist immer wieder dieses von so womöglich bindungsängstern fühlen sich unter druck gesetzt ja dann fühlen sich immer unter druck gesetzt also ich habe da einen ganz anderen ansatz als viele hier auf youtube die machen dass diese bindungsängst dann mal gepampert werden müssen und ah die armen und und ne bloß nicht unter druck setzen ja darauf geschissen dann fühlt er sich eben unter druck gesetzt ne er hat das gefühl sie ständig rechtfertigen zu müssen ja aber das ist auch das ist nicht ein problem weil er kommt ja nicht auf den punkt irgendwie ne offensichtlich passen ja taten und worte nicht zusammen ne ich liebe ihn aber es tut einfach nur weh ja ist es liebe wie ein viel gucktes video von mir heißt oder ist es nur wiederholen eines alten musters das frage ich dich ich kann nicht fassen dass sie mich nach vier fünf jahren endlich sogar toxischen beziehungen mit einem narzissen getrennt habe nur um jetzt wieder unendlich zu leiden ja aber es ist dein dating muss seine programmiert ein liebeschiff um stein dating muster da kannst du niemandem die schuld gegeben so dass man da musst du ran und das ist kein zufall wie immer wieder gern gesagt wird na und sind nicht immer alle männer sind narzissen alle männer sind böse nee du suchst bestimmte männer aus der also sehr wahrscheinlich genau ich bin elementar physikerin kein psychologe aber ich hätte jetzt mal vermutet dass er bindungs und verlustängstlich ist noch nicht koabhängig und liebessüchtig also wo er jetzt verlustängstlich ist hat sich mir noch nicht erschlossen aber wo date ist ihn ja aber ansonsten ja sieht so aus muss da dringend raus das weiß ich aber wie zum teufel soll man null kontakt bei unserer oben genannten arbeitssituation funktionieren ich bin da ziemlich ratlos also ich kann jetzt wirklich nur also offensichtlich geht es ja nicht weiter das heißt jeder jede woche die arbeiter verbringst ist wirklich für den arsch dann bist du die vorgesetzte ich weiß es nicht wie er das so handhabt seit ihr in einem weil wir sie so richtig sehr sehr ein kleines unternehmen ansonsten kann man ja auch leicht als vorgesetzte mal mit einer mit dem hr problem kriegt vorne aber gibt es hier glaube ich bei euch nicht wenn ich das hier so zwischen den zahlen so richtig lese und ja also da gibt es keinen kontakt aber es gibt diese gray rock methode habe ich auch videos so gemacht könnt ihr einfach google auf dem kanal was mehr oder weniger heißt ja man lässt keinerlei private also man trennt sich natürlich dass keinerlei private kommunikation mehr zu und hält sich auf mit dem ausdruck von emotionen kommen also man ist wie so ein stein quasi das kann man machen das haben viele gemacht schon das ist das zweitbeste als null kontakt natürlich viel schlechter als null kontakt und ja am ende des tages ist halt so wenn man auf arbeit was anfängt und hält es dann nicht aus muss man ja entweder backen zusammenbeißen und man irgendwann wird auch das besser oder halt konsequenzen ausziehen also bist du ja nicht festgetackert wahrscheinlich letzten endes ist es wie es ist wie gesagt es ist so wichtig dafür verantwortung zu übernehmen für seine situation weil kannst du jetzt also würde ich dir raten nicht ihm die schuld zu geben also kannst du natürlich ihm die schuld dafür für sein verhalten geben mein wegen aber ihr habt euch beide entschlossen auf der arbeit was anzufangen es ist menschlich es ist verständlich es passiert wir machen ihm alle jeden tag irgendeinen quatsch mal mehr mal weniger und ja muss man eben das gehört zum erwachsenen leben dazu muss die suppe eben ausgelöffelt werden so ist es aber sonne elende verhungernde beziehung vorzusetzen hätte ich persönlich keinen bock drauf aber das wird sicherlich könnt mir vorstellen wenn du da jetzt einen strich ziehst dass er erstmal wieder ankommt also das wird sicherlich noch vermute ich bin du da jetzt nicht sehr schnell zu seiner klarheit für uns sicherlich noch eine zeit lang vor sich hin wurschteln fürchte ich aber das sind situationen siehst ein bisschen dass er dein arschängel ist und für dich sicherlich wesentlich weiter bringen und vielleicht bringt ich das dazu mal über deinen suchmuster danach zu denken in diesem sinne macht die fucking kurse guck nicht nur die videos und wir sehen uns mal wieder